iiih ja auch von deiner mutter zu reden mhm ich bin ein mönch träumst du nachts von ja mit feuchtem schritt warum liegt da was das hab ich noch nicht gelootet das hab ich auch noch nicht gelootet scheiß fliegen Gott sieht scheiß aus wo ist die kackhöhle jetzt hier warum sehe ich so scheiße aus so scheiße so scheißig so ausgesprochen scheiße so scheiße sag ich nie ich hab gerade meine kutte gewechselt oder doch scheinbar schon ne scheinbar nicht ich guck grad mal stufe 14 14 hört sich ziemlich schwul an stufe 9 na doch hab ich wohl gewechselt ja offensichtlich offensichtlich wunderbar nein hör auf zu lügen warum kommt ihr da raus na guck mal was ich hier gefunden hab hier 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 ist Blut komm ich so gut Blut ich kann es ich kann es ich kann es es ist eben oh ja da ist es gut da ist es gut oh ja da ist es gut da viele Viecher sind die ich töten kann Kommst aber nix so einfach hin Doch, ich denk schon Lauf mal vor Geh weg Das sind meine Monster Hm, Gold Nein Alles deins Ja Gut Richtig Oh, Epic Win Ich hab ne Hacke gefunden Ich hab ne Axt gefunden Ja, ich auch Die ist Epic Hier ist nix Doch Auf zu lügen Ich lüge nicht Ja, ja, guck mal da Oh, ja Ja Oh, ja Jetzt haust du aber rein, ne Bisschen Oh, ja, das tut gut Oh, ja Da geht ja die Sonne auf Und wie viele Monster Wo? 41 ist in Ordnung Hm, das ist ein guter Schnitt Ohne Nightmare, ja Hier ist nur einer Da ist nur einer Oder zwei Ohlölölölölö Moment mal, da muss ich doch mal kurz gucken Nein, hör auf zu gucken, mach keinen Scheiß Äh, Zusammenfassung Was fassen Sie denn zusammen? Äh, Handwerk, nein Oh, ich bin tot, die haben mich one-hitted Wieso bist du tot? Weil so Zauberviecher waren Hast du keinen Heiltrinker? Ja, die haben mich one-hitted Ja, warte, ich rette dich Das ist übrigens ein Epic, was mich one-hitted hat Also ein Champion-Ding, keine Ahnung So ein gelbes Okay, jetzt muss ich treffen lassen, muss ich treffen lassen Auf die Sekunden, ey Äh, ist suboptimal, ne? Ähm Moment, Moment, Moment Oh, oder was? Achso, ich kann dich schon annehmen Ja, ja Boah, das ist knappe Angelegenheit Knapper Krieg Die sind scheiße, die Dinger, die so Scheiße spucken Vor allem dachte ich, ich kann jetzt hier schön die Skelette wieder niedermachen Und was ist? Boom, tot Ja So haben wir das doch gern Da Hab ich Wir haben Kulls Archive gefunden Ich lese vor Ein, ein Blutmoppet noch Aber Kull hat überall Fallen aufgestellt Ja Junge Das ist richtig, ein Blutmoppet noch Aber Kull hat sich viele Jahre lang darauf vorbereitet, dass niemand angreifen wird Vielleicht sind wir nahen Und doch müssen wir vorwärts schreiten Ja Ja, nichts zu hören Boah, wie so gut Klar Laufen wir einfach hinterher Ich mach das schon Okay Da ist ne Rosette, pass auf Alles klar, ich fiste die Ich hab ein Buch gefunden Ich lese das mal vor Was haben wir denn da? Ne Rosette Fuck you Die Götter gewähren mir ihre Gunst Easy slaying grad hier Du machst das schon Ich denke auch Dann komm ich wieder auf den Scheißwichser hier klar Das ist gut Olga Nur doof, da man instant tot ist, wenn man Fehler macht Blub, blub, blub Mhm Das sind Golems Ebene 1 Skype ist immer noch laut Warum? Was haben Skype angetan, dass es laut ist Der Kampf ist vorüber Der Kampf ist vorüber Okay, die war ja so mittelprächtig, aber ist in Ordnung Äh, ja Ich hab Objekte zerstört Wieso bist du da unten, wieso bin ich hier oben Weil ich lieber unfähig bin, wahrscheinlich Das hab ich verlaufen Das richtig Okay, ich schneid den Weg ab, irgendwie Wird schwer Warum? Weil ich episch bin Okay Don't be epic Bitch Naja, scheiße Siehste, sag ich doch Wobei, eigentlich ist es ziemlich gut hier Scheiße Ich denke mal, wenn hier so Buff-Punkte sind, dann ist das immer ganz gut, ne? Mhm Ja, ja, ich bin gebufft und du nicht Ich glaub, wahrscheinlich bist du auch gebufft Ich hab mal ein Mantra Ist aber nicht so episch wie der Buff, den ich hab Der macht dich nämlich eindeutig zu einem besseren Menschen Was ist der Buff, den ich zu einem besseren Menschen mache, verstehst du? Ja, kenn ich Ja, ist wie früher, ne? Ih, ein Wurm Ist ja eklig Du bist so langsam Also so richtig langsam Oh, Spin Spin, ne Hm, Gold Erstmal den ganzen Loot einsammeln, den du hier fabriziert hast Mhm Hast du gut gemacht Ja, jetzt komm mal weiter hier Noch mehr Loot Scheiße, Wurm und Stirbende Ich geh mir nicht die ganze Zeit auf den Sack, du Ja, hinter mir ist auch ein Wurm her Ja, hinter mir ist auch ein Wurm her Verstecken sie euch mal, was soll ich denn da machen? Aber den ignorier ich jetzt einfach mal dezent Ich hab den auch gekonnt, ignoriert Wo ist mein Charakter hin? Das ist in der Mitte Das ist in der Mitte Immer in der Mitte vom Bildschirm Die toten Würmer sehen aus wie Pimmel irgendwie Nicht? Nicht? Kommt drauf an wie tot die sind In welcher In welcher Todesstarre die sind, ne? Richtig, genau Ich verstehe Und halt wie zerfleddert Möglichst zerfleddert Wo ist mein Charakter hin? Da ist er Da ist er Hand Uh Loot Oh, ich muss mal in meine Stadt Das ist doch keine Stadt Das ist doch keine Stadt Ja, in das Lagerding da aber was ich Mö Mö Nicht Mö Aber was ist denn wenn ich jetzt hier als Hunter In eine Nahkampfwaffe reinnehme? Ja, was dann? Die macht mehr Schaden Oder soll angeblich mehr Schaden machen Ist das gut? Ja, ist halt eine Nahkampfwaffe Da ich sowieso nie den normalen Angriff benutze Ist das wahrscheinlich scheißegal, richtig? Weiß ich nicht Stimmt Ich hab nie Hunter gespielt Ich könnte natürlich auch die Armbrust mal annehmen Die noch mehr Schaden macht Nee Jupp Ach scheiße Zurück kaufen Falsch gemacht oder was? Jupp Unmöglich Achso So Wieso hab ich denn Achso Hervor Ok Mg So Alles klar Ich verpiss mich jetzt hier Haben wir alle Blutdinger jetzt? Nee, wir waren in der Höhle stehen geblieben Ach ja stimmt Beim Mantra Achso, genau Warte 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 Hm, Spinne Das ist ja eklig Da liegt Da liegt Loot da oben Kannst du mal einsammeln? Oh, ne Armbrust Schwere Armbrust des Lindenhodens Macht das Macht allerdings ziemlich wenig Schaden Macht allerdings ziemlich wenig Schaden Keine Tränke mehr da Muss doch was anderes umsteigen Nimm mal den Tränk mal Nimm mal den Tränk mal Wäre ich ja besser Ich hatte ja noch die ganz billigen Heiltränke drin Aus Vom ersten Level oder was? Mhm Achso Die habe ich weggeschmissen Jetzt habe ich die verbraucht Und jetzt kommen die nächsten dran Die verbraucht werden Super Das ist nur logisch Nee, das ist total verschwenderisch Hier ist das Blut Oh, Level up Das ist ein Arschloch Platz Das müssen wir wahrscheinlich ins Versteck, ne? Nein Nee Was denn? Die Archive begutachten Wo sind denn die? Im Norden Nordwesten Schaffen wir da noch? Ja, sie sind es vielleicht nebenan quasi Ist quasi wie eine Oase Im unglaublichen Ende der trostlosen Sande Da werden hier meinen Körper Und den schwarzen Seelenstein Ja, ja, ist klar Oh Während der Magierclankriege beschworen die Vistscherei Zum Schutz ihrer anwesenden Gigantische Во Ninja Boah, du pullst so viel. Find ich eigentlich nicht. Oh, 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 ich hab zu viel gepullt. Nein. Uh, ein Schild. Nein, ist kein Schild. Ich habe ein Schild. Interessiert dich gar nicht, ja, wenn der Krieg ist. Nö, ich mach mal einen eigenen Krieg. Das ist gut. Olga mach nen Krieg. Siehste, hier ist nämlich Krieges weiter. Ja, eklig. Oh, 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 Problem. Ach, da kommen ja noch mehr, das ist süß. Äh, boah, scheiß, was ist hier los, ich bin, dauerst dann. Das ist, in, 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 äh, isloniert. sie sind isoliert warum muss ich nicht das Epic Viecher selbst machen? weil ich hier die ganze Zeit quer durch die Karte gescheucht werde ja schlecht für deinen Karma dauernd am 4. Sinn ja schlecht für deinen Karma so ich hab platt gemacht komm mit, komm hier, da ist der Epic Loot äh, äh ja, tatsächlich ein seltener Bogen was kann der? sag mal ja kurz dir mal aus ne der Scheiße, willst du den haben? ne so, ich mach hier mal weiter, ne ich bin Archiv ja, bla bla bla, Mr. Freeman ich mach das hier mal fertig, ne ne, es wird jetzt wieder langfristiger dauern, werden tun also ab hier wieso? wieso? ja, weil wir wieder zwei Sachen besorgen müssen schon wieder ja Fotz ist wieder da richtig und Team ist jetzt quasi zwei Sachen besorgen ich mach da mal eben ne ja, hinter dem Portal ja, ne, komm, jetzt hier, Feueramt aus ja ich würde schon sagen, da mit den Portalen komme ich spanisch vor alles doof und aktiviert mit ihnen die Relikte uuh 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 uuh